Im März geht es um Menschen, die keine Menschen mögen, aber trotzdem mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Und um einen Cyborg, der mit Menschen zusammenarbeitet, die sie nicht mögen. Und ein Volk wundert Trolle, die mit einem anderen Volk zusammenleben, das sie sogar ein bisschen zu sehr mag. Ihr seht, wir haben ein Thema. Das sind die DVD- und Blu-Ray-Highlights für den März. Den Neurochirurg Dr. Stephen Strange würde wohl niemand gerne zu seiner Party einladen. Zwar ist er fachlich ein Genie, menschlich ist er aber eine absolute Katastrophe. Zum Glück kümmert er sich nicht besonders um andere Menschen und versinkt ganz in seiner Arbeit. Als ein schwerer Autounfall ihm aber auch noch das nimmt, kann und will er sein Schicksal nicht akzeptieren. Also reist er nach Tibet, wo ihm eine Einsiedlerin Einblick in verborgener Dimensionen und eine völlig neue Welt gewährt. So wird aus dem ehemaligen Chirurg einer der mächtigsten Magier der Welt. Doch die neuen Dimensionen bergen nicht nur Gutes. Sie beherbergen ein altes Übel, das nun in unsere Dimension dringen will. Und Dr. Strange ist der einzige, der zwischen ihm und der Zerstörung der Menschheit steht. Wissen Sie, was ich in Ihrer Zukunft sehe? Möglichkeiten. Die Linguistin Louisa Banks führt ein ganz normales Leben als Universitätsprofessorin. Bis auf einmal niemand mehr zu ihrer Vorlesung kommt. Der Grund sind aber nicht ihre Fähigkeiten als Professorin, sondern zwölf riesige Raumschiffe, die quer über die Erde verteilt gelandet sind. Kurze Zeit später klopft die US-Regierung an ihre Tür. Die Aliens haben Kontakt aufgenommen und sie soll zusammen mit Physiker Ian Donnelly herausfinden, was die Aliens möchten. Dabei stößt sie aber auf ein unerwartetes Hindernis. Die Aliens sprechen nicht. Aber wie soll Banks herausfinden, was sie wollen, wenn sie nicht auf menschliche Art kommunizieren können? Eine schwere Aufgabe, bei der die Zeit drängt. Ringsum auf der Welt werden die anderen Völker nämlich nervös und reden von einem Angriff auf die Schiffe. Kann Louisa Banks die Sprache der Wesen entziffern, bevor es zum interstellaren Krieg kommt? Und was wollen die Aliens eigentlich? Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. Es gibt eine goldene Regel für Ex-Militäreinheitsleiter. Wenn du es rausgeschafft hast, komm niemals zurück. Jack Reacher hält sich nicht dran und wird prompt für seinen Regelbruch bestraft. Als er zurück nach Washington fährt, um seiner Nachfolgerin Major Susan Turner unter die Arme zu greifen, sitzt die wegen Verdacht auf Landesverrat im Militärgefängnis Fort Dyer. Gleichzeitig erfährt er, dass er eine mittlerweile 15-jährige Tochter hat und natürlich stößt er bei den Nachforschungen Susans Fall auf eine groß angelegte Verschwörung. Jack tut also, was er nicht lassen kann. Er befreit Susan aus dem Gefängnis, schnappt sich seine Tochter und flieht mit den beiden durch Amerika. Jetzt muss er also nicht nur herausfinden, wer hinter Turners Anklage steckt, sondern auch, wer ihm in Verbindung damit einen hocheffizienten Killer auf den Hals gehetzt hat. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit seiner Tochter. Wäre er bloß nie zurückgekommen. Christian Wolff ist richtig gut in Mathe. Genau genommen hochbegabt. Was er nicht kann, ist mit anderen Menschen zu interagieren. Sozial gesehen ist er ein Versager. Deswegen tut er sich auch schwer, einen gut bezahlten, legalen Job zu finden. Im Zirkel aus kriminellen Unternehmern, für die er die Buchhaltung macht, stören seine mangelnden Sozialfähigkeiten jedoch kein bisschen. Steuerfahnder Ray King stört sich ebenfalls nicht an Christians Verhalten. Seine Arbeit für die Unterweltbosse wiederum stört ihn sehr. Deswegen nimmt er Christian auch fest. Er kennt aber sein Talent und gibt ihm die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Dazu soll er der Buchhalterin Dana bei Abrechnungsunstimmigkeiten helfen. Das einzige Problem, hier geht es um mehrere Millionen, die in einem Robotikunternehmen spurlos verschwunden sind. Als wäre das nicht schon verdächtig genug, verschwinden auch immer mehr Menschen aus Christians Umfeld spurlos. Kann er herausfinden, was passiert, bevor auch er ins Fadenkreuz der Kriminellen gerät? Kann unser Sohn ein normales Leben führen? Definieren Sie normal. Im Deutschland der Nationalsozialisten ist Euthanasie eine Tagesordnung. Jeder, der dem Rassenideal nicht entspricht, wird weggesperrt und letzten Endes getötet. Das betrifft Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, Autisten, Epileptiker, Homosexuelle und jeden, der auf irgendeine Art und Weise dem von der Regierung festgelegten Standard nicht entspricht. Die radikale Euthanasie-Politik macht auch vor Kindern nicht Halt. Und so kommt es, dass Ernst Losser, ein kindfahrender Händler, als schwererziehbar eingestuft und in eine Kinder-Nerven-Heileinstalt gesteckt wird. Dort lebt er eine Zeit lang einigermaßen glücklich, bis er merkt, dass die freundliche Schwester Sophia in Himbeersaft aufgelöste Barbiturate verteilt, die die Kinder töten. Zusammen mit seiner ersten großen Liebe Nandl plant er daraufhin die Flucht. Wir müssen hier weg. Und wohin sollen wir gehen? Als Claras große Liebe Ben bei einem Autounfall stirbt, glaubt sie niemals wieder, einen anderen Mann so lieben zu können wie ihn. Auch zwei Jahre später schottet sie sich komplett von der Außenwelt ab. Daran ändern auch die ständigen Versuche ihrer Mitbewohnerin Katja nichts. Stattdessen verbringt sie ihre Tage damit, sehnsüchtige Liebes-SMS an Ben zu schreiben. Was sie aber nicht weiß, die Handynummer gehört mittlerweile dem Journalisten Mark. Der steckt in einer unglücklichen Beziehung und wird immer neugieriger auf die Verfasserin der mysteriösen Liebesbotschaften. Zusammen mit seinem Kumpel beschließt er, sich auf die Suche nach Clara zu machen. Clara. Das ist nicht Clara. Essen Sie? Äh, also nicht generell, eher speziell. Ich meine mit mir. Würden Sie mal? Äh, klar. Klar. Ja, perfekt. 18 Uhr, bis gleich. Ich freu mich auch. Er war schon sehr seltsam. Ja, seltsam heißt nervös. Nervös heißt interessiert. Das ist gut. Nachdem Bridget Jones mehrere Filme lang mit ihrem liebenswert chaotischen Leben dafür gesorgt hat, dass unser eigenes Leben so viel geordneter erschien, hat sie jetzt zum ersten Mal alles im Griff. Zwar ist ihre Beziehung mit Mark zu Ende, dafür startet sie aber als Produzentin durch und genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Denn nachdem sie erst mit dem charmanten Amerikaner Jack Quant und dann mit ihrem Ex Mark ins Bett hüpft, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Und niemand weiß, wer der beiden Männer der Vater des Kindes sein kann. Ihre Verehrer stört das nicht. Die beiden Männer buhlen einfach beide um ihre Gunst. Und mein Liebesleben weist Anzeichen einer Verbesserung auf. Darf ich? Er passt. Mike geht es eigentlich richtig gut. Seine Eltern sind reich und er verbringt die Sommerferien in einer Luxusvilla mit Pool. Aber Mike ist auch eigentlich richtig gelangweilt. Seine Mutter ist nämlich in einer Entzugsklinik und sein Vater im Liebesurlaub mit seiner Assistentin. Da kommt ihm Chick gerade recht. Chick kommt aus Russland und wohnt in einem der Plattenbauhochhäuser in Berlin-Marzahn. Also in einer völlig anderen Welt. Als er mit einem geklauten Kleinwagen vor Mikes Tür aufkreuzt und ihn auf eine Spritztour einnäht, stimmt der gelangweilte Schüler begeistert zu. Ohne Navi und genauen Plan brechen die beiden auf eine Erlebnistour quer durch Ostdeutschland auf. Die Trolls sind ein glückliches Volk mit neonfarbenen Haaren, die den ganzen Tag nichts lieber täten als zu singen, zu kuscheln und glücklich zu sein. Dummerweise leben sie in dem Gebiet der Bergen, einem Volk, das nur dann glücklich sein kann, wenn sie Trolls essen. Deswegen rotten sich die Bergen einmal im Jahr zusammen und gehen auf Trollsjagd. Das können die Trolls ihnen natürlich nicht durchgehen lassen und so flieht die bunte Truppe mit den praktischen Haaren vor den Bergen. 20 Jahre später sind die Trolls zufrieden und feiern zu Ehren der Befreiung laute Feste. Leider rufen die irgendwann die Bergen auf den Plan, die nach 20 Jahren ohne Trollsnacks ziemlich ausgehungert sind. Als die Bergen in das Dorf einfallen und eine Gruppe Trolls entführen, macht sich Prinzessin Poppy zusammen mit dem grummeligen Troll Branch auf den Weg, ihre Freunde zu retten und den Bergen ein für allemal Einhalt zu gebieten. Okay, okay, okay. Jetzt einmal kuscheln. Animationsfilme, gerade Anime- oder Comic-Animationen, bekommen oft nicht genügend Aufmerksamkeit. Im März bekommen sie in unserer Animationsecke deswegen das Spotlight, das sie verdienen. Die Justice League kennt jeder. Eine Superheldengruppe, bestehend aus Superman, Batman, Wonder Woman, dem Flash, Green Lantern und Aquaman, die zusammen für die Gerechtigkeit einstehen. Aber seit dem Reboot der DC Comics gibt es eine weitere Liga. Die Justice League Dark. Das ist eine Liga aus Antihelden, die nichts zu verlieren haben und das bekämpfen, was Superman und Co. nicht können. Magie. Im Animationsfilm merkt auch Batman, dass er mit Technik gegen Zauberei nicht ankommt und holt deswegen die Hilfe von John Constantine, Satana, Black Orchid und anderer Magie-Experten ein. Dein Leben ist ein Patchwork of Blackness, with no time for joy. How do you cope with it? I have a Butler. Colin Edogawa ist eigentlich Meisterdetektiv Shinichi Kudo, der durch ein gefährliches Gift in einen Jungen verwandelt wurde. Zusammen mit einer Gruppe Grundschüler und I, einer Wissenschaftlerin, die ebenfalls durch das Gift geschrumpft wurde, bildet er die Detective Boys. Zusammen klären sie Verbrechen auf. Dieses Mal sind die Detective Boys einer Bombenlieferung auf der Spur. Während der Beschattung eines Verdächtigen verliert Conan aber durch einen Sturz sein Gedächtnis. Der Mann, der tatsächlich mit der Bombendrohung zu tun hat, entführt Conan, um ihn zum Schweigen zu bringen. Lässt ihn aber wieder laufen, als er merkt, dass sich der Junge an nichts mehr erinnern kann. Jetzt müssen die Detective Boys herausfinden, wer der rätselhafte Mann war und was die Verbrecher vorhaben. Schließlich geht es hier um eine gefährliche Bombenlieferung. Spätestens seit dem ersten atemberaubend fremdartigen Trailer für den 2017 erscheinenden Kinofilm kennt jeder Ghost in the Shell. Der Film ist eine Realverfilmung des 1995 erschienenen Animationsfilms mit Scarlett Johansson in der Rolle der Cyborg-Polizistin Major Motoko Kusanagi. Arise Border 1 und 2 drehen sich ebenfalls um die junge Polizistin, spielen aber zeitlich vor den Ereignissen des Films. Wer also nicht bis zum Release des Films warten will oder einfach nicht genug vom Ghost in the Shell-Universum bekommen kann, der ist mit dem Arise Border-Film perfekt beraten. Was landet bei euch diese Woche im Regal oder auf der Festplatte? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare. Oh, ihr seid ja immer noch da. Wie schön. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne liken und abonnieren. Liken und abonnieren ist nämlich auch ziemlich gut für die Haare. Schaut mich an. Ich like seit 10 Jahren und deswegen glänzen sie jetzt wie Seide.